Hallihallo, Hallöchen zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. Ja, wo ist er? Da laufen drei rum. Bleib wachsam. Siehst du was? Verstanden. Habt ihr das gehört? Da draußen ist etwas. Ist hier jemand? Auf jeden Fall etwas. Einmal haben wir ein Schiff geändert, weil wir dachten, dass Gewürzschmuggler an Bord sind. Aber was haben die im Frachtraum gefunden? Rebellen. Der da ist in der Nähe. So, der hockt da. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hab... Also, ich hab so das Gefühl, ich muss auf die komplette Rückseite. Und auf der Rückseite habe ich die Möglichkeit vielleicht... ... 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 Also, ich meine nämlich, im Prinzip, in dem Moment, wo er da ist, ne? Ich muss das eigentlich nur abpassen. Das, was ich nämlich gerade vermutet habe. Also. Er ist da. Er ist da. So. Und theoretisch müsste ich mich dann irgendwie dazwischen streichen. Ich halte lieber die Augen auf. Da ist doch was gefahren. Ich halte lieber die Augen offen. Ich finde sie. Bist du bereit? Das hat ja sehr gut geklappt. Also, bis auf, dass ich die drei da, aber die haben mich erwischt. Und darum ging's mir. Tja. Tja. Hörte Weide noch. So. Und das hätte er abgekommen. Achtung. Achtung. Tja. 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 von dort von hier da soll ich sind schmuggeln ins viertel ok und hier hohes riesige bekommst du bekommst nur eine chance bestehlt den vertreter von crimson dorn ein agent von klubs und dorn hat informationen über bestechliche offiziere auf einen datenblock gespeichert wird eine person die das schielt das ist auch ein schwieriger auftrag bestehlt das imperium da ist das hier noch das gefühlt das einfachste schmuggeln irgendwie gefällt mir das gerade nicht ist doch ich werde das so sagen aber wie gefällt mir das gerade wirklich nicht so walfang das wrack das heißt da können wir machen oder wir gehen auf walfang das heißt wir müssen da irgendein spiel machen wo ich das nicht kann so was kann man hier eigentlich beim pike großen schatz so dann haben wir noch das kuschieren ist schmuggler versteckt stunde imperialen die waren wurden in der nähe der berge südlich einer imperialen giffer steckt wo handeln mit nicht schätzen weißt du was wir gucken wir gucken uns das mal an wegen nicht schätzen das ist mal gucken was er sagt ok wenn ich das gerade richtig verstehe ist es ja oben hier ist nichts falsch abgebogen mal wieder hier geht es auch nicht weiter doch da geht es weiter er wollte mich jetzt von jetzt sagt er mir ich soll noch unten ich krieg ich krieg die modden also bei den krägern und das sah alles ebenso aus als wenn das oben ist und dann läufst du dahin und dann ist es ist es hier unten es ist der vogel hier ne hey ich hab einiges im hallo wenn sie sich von einigen dingen trennen möchten hätte ich vielleicht etwas für sie также sie bei syndica dürfte ich verkaufen so kann bedenkenlos verkauf werden kann bedenkenlos verkaufen immer bedenkenlos verkaufen und hier geht es schon los das können wir alles nicht mehr verkaufen für fähigkeit benötigt etc ok anfragen brauchen wir nicht daten eingeben imperial handelsprotokoll das hat aber eben das war eben richtig wild stehe ich kurz davor kurz davor stehe ich jetzt das heißt ich müsste ein auftrag machen das heißt ich müsste theoretisch vielleicht hätte dann keine mittlerweile was vielleicht hat sie was die hier sind genau das richtige für dich so schwieriger auftrag schmuggel sieht einfach aus hohes risiko das heißt ich muss den ja auch nehmen wir den damit wir vorwärts kommen hätte ich wahrscheinlich schon denken können wahren von von den schmuggeln mord öffnen schnell reise auf geht's ich glaube es ist gefühlt das erste mal dass ich so gut rauskomme hier ich finde ich mich denn ich muss irgendwo da hinten hin ich glaube ich sollte hier bei fremsten dorn keine probleme bekommen können wir denn da hin da wir sind irgendwo da hinten hin das gefühl ich bin hier komplett falsch das ist ja nicht für immer bist du bereit da ich bin wunderbar ich bleibe ich möchte du w w w hier du 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich kann das nicht mehr. 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 Das wird richtig knapp. Ja. Ich kann das nicht mehr. Das ist 22 Meter. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich muss nur noch einen Auftrag mal kriegen. Ich kann das nicht mehr. Das ist alles nur Crimson Dawn, ne? Neuer Vermittler. Neuer Vermittler. So, jetzt gehen wir da schnell hin. Und dann gehen wir hier rein. Bitte. 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 Ich hab ein paar gute Aufträge für dich. Ich hab ein paar gute Aufträge für dich. Nein, nein. Näh, meh, 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 meh. und anschauen ach so südosten südwesten Da hinten ist ein Gang rein, ne? Also eine Klappe. Achso, das war das Teil. Das war ja bei, äh, ja. Hier rein, genau. Und bin ich jetzt hier so drinnen, ne? Hier ist nix, da ist die Tür. Oh, wir hecken, wir hecken. Mal gucken. Der erste ist schon mal richtig. So, der ist schon richtig. Äh. Ah. Na, Gleiter-Trophäle. Noch was hier? Nö. Endlich haben wir dieses Ding hier geknackt. Was ist eigentlich hier? 76 Meter von mir. Das ist hier Handel mit nix schätzen. Dürftig. Auftragsvermittler. Hä, das Problem ist, ich werde da nicht reinkommen. Äh, da. Na, Ileira. Ileira hat da, äh. Ich sollte nicht so schnell durchgehen. Nochmal Ruf. Crimson Dawn. Auswählen. Auftragsvermittler. So. Ileira. Auf der Karte ansehen. Wieso kann ich das nur auf der Karte ansehen? Achso, ich sehe das von hier aus nicht. Jaja, okay, gut. Jaja, mein Kopf schon wieder gerade. Äh. Auftragsvermittler. Vom Hundenkartell. Das ist, äh. Das funktioniert so. So, mein Problem ist, ich brauche ein bisschen, bisschen Arbeit. Zugangsbeschränkte Bereiche. Ist nicht. Ich muss gut. Das heißt, ich muss hier irgendwas noch machen. Äh. Aber. Das kriegen wir vielleicht doch hin. Ich weiß nur nicht, ob es reicht. Ich sehe, ich habe gedacht, der, äh, hier, da muss ich mich hin. Ich hätte ja gedacht, ich hätte da oben. Ich könnte Ihnen eine Menge Dinge zum Tausch anbieten. Bis bald. Fantastisch. Das werden Sie nicht bereuen. Okay. Der hat mir nichts gebracht. Fragezeichen in 124 Metern. Ach, die sind, äh, die Konsole da. Ja, mhm. Galaktisches Street Food? Oh, ja, meine. Glauben wir. Was da rauf? Gut, Mann. Tschüss, aber nüßen. Finschrafen. Wir haben alle. Auf, wieder mal. Schäme, Ossaka. Ich kenne jemanden, der bei einem Blaster unter einer Hand verloren hat. Die Läger sind keine. Ich kenne jemanden, der bei einem Blaster unter einer Hand verloren hat. Hm, was holen wir uns? Langsam gegrillter, süßer Mosakakolben, frisch aus dem Steppen von Toshara. Reserviert mit gestampfter Daiko-Wurzel und Jera-Pfeffer. Ein Chee Moskab, bitte. Hey, sieh dir das an. Hm, wow. Das riecht toll. Ah, ich glaube, das wächst alles hier auf Toshara. Äh? Lass uns essen. Du zuerst. Ah, besser als Brams Fisch mit Grütze, hm? Spiele ich hier gerade ein Minispiel beim Essen, oder was? Mh, diese Schoten haben so viel Aroma. Hey, Kompliment an den Koch. Hm, ja, sieht nicht ganz fertig aus. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Hahaha. Nicht schlecht. Oh Mann. Nimm noch was. Das ist gleichzeitig süß und rauchig. Mh, köstlich. Bist du jemals nicht hungrig? Bis dann. Oh, kenn ich, Kumpel. Kenn ich. Okay. Das hatte irgendwas, muss ich sagen. Das hatte irgendwas. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Aus irgendwelchen Gründen. Ich kann es nicht anders definieren. Also das hatte irgendwas. So, wo gucken wir denn hin? 93 Meter in die Richtung ist... Da ist irgendwas. Also in die Richtung. Ne, der korrupte Vogel hier. Keine Ahnung. Kann ich noch nicht sagen. Aber okay. So. Achso, Ausrüstung. Was haben wir? Haben wir da was bekommen? Da. Gerobene. Nichts. Leckerli. Ausgerüstet. Mal gucken, was ich dann jetzt in der nächsten Folge machen werde. Weil ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwie noch einen Pike-Auftrag machen muss. Oder beziehungsweise eher von den Hutten. Damit mir danke, was Neues gibt. Beziehungsweise... Ja... Ne, ihr seht's ja. Also man sieht, ist ja... Äh... Wenn ich Auftragsvermittlung mache, ne... Ileera hat nur drei von denen selber. Danker hat gerade gar nichts. Und die haben auch gerade nichts. Was ist denn hier los? Achso, weil die von denen Dings sind hier. Rücken Kartell. Machen wir aber Dings. Hier Peik. Ne, und dann hier Auftragsvermittler. Danker. Die haben gar keine Vermittlung. Also nix möglich. Und wenn ich auf Fundenkartelle gehe... Sehe ich zumindest, dass ich drei Aufträge habe. Das Problem ist, die drei Aufträge... Sind ein bisschen knackig, hätte ich wohl gesagt. Die Fundenkartelle ist wohl immer ein bisschen schwieriger. Ich brauche noch irgendwas für die Pikes. Unglaublich. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Und bis Ende.